ja heil willkommen mein name ist an die röpe und mein name ist mario master begrüßt euch zurück zu war erst mal eine letzte folge haben wir irgend so einen schick gemacht und wir haben die story von vario und mode haben wir abgeschlossen und jetzt machen wir ja ich weiß nicht mehr was deren ding war im ds spiel zeichnen dass man auch gehabt schön anglophob diamond dojo da haben wir doch schon abend da wäre das moment das große rot zu dann fangen die färbelung wäre also ein einzug das wird nicht gut ausgehen habe ich dann vorhin starb wie so ein stift zum zeichnen eines porträts feindfühlig und doch bestimmt beherrschst du diesen griff so wird jede kritze lei zum meisterwerk also zeichne jetzt seine deine künste künste damit nicht gut ausgeben in der politik zu nachzeichnen was ist das denn ein fragezeichen block wo kommt der her die fernbedienung auffangen nicht so hoch schlagen bei mir ist es tatsächlich passiert ich habe den ball zu hoch geschlagen das lenkrad drehe den formenstab quer und halte die enden mit dem formenstab guck dir mal den fahrer an das lenkrad einer meiner leichtsten übungen da ich führerschein habe drehen mein gott ist das riesig die fernbedienung loslassen loslassen bei mir ist es so da ich keine handgelenkschlaufe habe halte ich dir das ende mit zwei fingern fest und lasse dann der zeichner schreibt das war's ne1 plus bekommen geil genau wie meine echte schrift drehen und dass der ball rauskommt show again warte du kriegst noch eine form der samurai halte den formenstab mit deiner rechten hand dicht an die linke seite deiner hüfte wie ein hungriger samurai der sein mittagessen verteidigt schließe die augen und erwartet also so wie ich also so wie ich werde nicht mein essen verteidigen ich darf nicht so weit du darfst nicht so weit schwingen weil sonst trifft er das mikrofon der zeichner ist doch voll im mikro nicht gegen den baum fliegen da oh gott da muss ich drüber zu schütteln zwei vierundreißig war der da voll gruselig aus ich weiß der zeichner und oh oh bei den bullseitreffen schneller austeilen oh 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 was du hast ein prospekt ausgeteilt oh oh das lenkrad komm kippe 10 jawoll größte hart alter der zeichner ja oma und der rad ja du hast der oma das gebiss gegeben so jetzt kommt ein boss was meine einfachste hübung ist das lenkrad okay du darfst auto fahren oh oh hey cool soll ich die mal anfahren nein genau mit so einer einstellung musste man die fahrschule gehen so einfach wenn ich mal irgendwie so andere fahrer kommen die mich abdrängen wollen aber die muss ja mal überfahren oder spitze was geschafft geil mit so einer einschließlich fahrschule gehen dann würdest du auf deinen füger steine haben da habe ich die passen ich habe nicht anfangen wegen extra punkten da war ein bisschen größer feuer wir wohnen und so zu und jetzt gehen sie nach hause ja tschüss dann lauf nicht wieder weg kleiner niemals wieder weil ich es gibt mitgenommen und sagt ja alle blöde ok schön dann abgeschlossen hey das ist der tischtennis turm das ist ein mini spiel das können wir später noch zeigen nochmal rein ja mal sehen wie wir beide uns schlagen ja bist du bereit dafür ja ja der zeichner der zeichner der zeichner der zeichner holz ein fast aber so gar nicht fast aber so gar nicht fass dich oh da hat mich zu lösen block aufgemacht ja mhm die färmelläu schloss den fisch gegriffen und habe irgendwie ihr müsst wissen er mag kein fisch ich habe ihn in zwei teile geteilt in der text studierter da ist der gruselige mann war ich mich weg so schnell wie möglich weg von dem meint ja oh la la wir fallen gar nicht auf wer hat denn die moore statu da reingelassen der samurai hat nach am super aktiviert sehr schön ich habe den tatsächlich einmal so hoch geschlagen ist da oben durch die decke gefallen ich habe daneben gekriegt aber daneben so schlecht hier um krank hier genau nein nein nicht gegen die baum fliegen und das ist geschafft ja doch papier flieger jemals so geil fliegen würden noch nie eingesehen der so geflogen wird noch 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 hier ja genau suche das such das topmodel du hast es nicht gefunden wo ist ein topmodel so das ist das ist meine lieblingsbeschäftigung machen du darfst das autofahren aber ihr müsst wissen er hat keinen vorschein und er ist viel zu faul um einen zu machen na wo sind die affen hier bringe ich um komm herrkuh mit dem a knopf kannst du übrigens hupen das geht irgendwie nicht richtig ach so war weil der ton bei der wie fängeln an ist der kommt her ja warte wollte ich umfahne diesmal echt man geht ja nach townsville irgendwie so oft ja genau jetzt können wir das allerbeste das ist aber mir komisch aus da ich eine mütze trage seine mütze salutieren ja ja das ist auch gerade schon gemacht ja gerade eben wollte ich auch sagen ich habe gerade gemacht ein grad zum listen für ok das war knapp weil ich manchmal machen musste du musst es sagen du durftest nicht du durfte sich auf der reihe tanzen ja jetzt mitten in den baum rein mitten in den baum rein mitten in den baum rein oh ich fliege unterm baum durch weil ich es kann naja du bist nicht im bild wat wenn er so blinkt dann bist du nicht im bild boah mein herzchen hahaha was ist das für ein herz was ist das kann ich schneller komm 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 so epic got so eine epic bro fest jetzt halt micro maun Rocken. Du musst rocken. Yeah, du hast gerockt. Du könntest ein Superstar werden. Leider bist du keiner. Aber. Was ist denn? Nein, nein, zu spät. Entschuldigung. Heute war ein Abfüller. Schrei. Oh Gott, geh weg. 2,34. Ich will aber eine Seele fressen. Nee, da macht mir Angst. Hey, ganz ehrlich. Ich will Zeichner. Nein. Nein. Wir haben mal 27. Okay, reicht. Na gut, reicht. Wie viele Minuten haben wir? Sehr gut, okay. Dann können wir auch mal den neuen, den du nicht kennst. Young Cricket. Auch noch klappt der einen alten Mann. Wir sind Karate, wir sind Karate, das ist ein Kung-Fu-Typ. Der verkauft den alten Mann, ey. Young Cricket und ein Master-Mann-Tips. Ach, junger Hüpfer, okay. Ich erinnere mich irgendwie an diese eine Friseur-Werbung. Ich bin auch, ich bin voll Hip-Star, ey. Young Crickets Auftritt. Parkstraße. Bei Monocholi. Unfassbar teuer. Boah, ehrlich? Der Kopf war auf, der alte Mann. Nein. Ich habe Hunger. Das ist eine Frise. Ja, ich rieche, du hast Hunger. Hm? Da haben wir da. Hallo, probiert unsere Künstlichkeiten. Teigtaschen. Ich habe echt viel zu viele Berufe. Okay, ja, wir sollen voll irres Einkommen haben. Ach, voll vordringen. Vor allen Dingen die Charaktere gerade aus dieser Sicht, wann gehen wir in den Worten. Okay, bist du bereit? Ja. Dann fang an. Willkommen. Auffassen. Ja, wo ist der Ring? Achso. Rausziehen. Und sollte ich einen Ring, da habe ich will ein Schwert haben. Okay. Mal noch mal vor. Das Tauziehen. Halte den Formenstab mit beiden Händen und dem Zeiger nach vorn, vor deinen Bauch. Kraft gegen Kraft. Hier entscheide ich die geistige Kraft, dass du ihn lässt, die erste Mal ist. Was ich was mache? Du musst auch in der Sinsel heiße Wille halten. Nein, auch nicht. Das funktioniert so nicht. Verein. Oh Gott. Ich muss gar nicht machen, wenn man so eine Linie ziehen muss. Der Kellner, der Kellner, der Kellner, lege den Formenstab mit dem Zeiger nach vorne auf deiner Handfläche. Wie auch wie dieser eine Arena-Leiter auf Pokémon und geduldig. Wir haben das! Wir haben Hunger! Aber eigentlich bloß. Oh, ja. Da kommt so ein riesiger Kopf aus dem Boden und frisst die ganzen Leute. Ich frage mich. So balanciert man, ne? Okay. Das taucht ihn. Okay. Wischen, 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 wischen. Ja, ja. Curling. Genau. Genau. Und hochhalten. Wow. Machen wir schneller. Ja, okay. Dürfte nicht allzu schwer sein als Spieler. Ich soll das gefühlen. Okay, fangen an. Was soll ich mit der Säge machen? Oh, der Elefant. Der Elefant, halte den Formenstab mit dem Zeiger nach vorn vor deine Nase. Wie der Elefant seinen Rüssel einsetzt, wird auch dir deine neue Nase von Nutzen sein. Komm, vor deine Nase. Okay. Okay, der Kellner. Was? Da musstest du draufdrücken. Ja, so. Sacken hat doch mal einer. Wie gut, dass ich gerade noch dabei war. Guck es ein. Was ist anders? Ja, wird ja wieder was. Ich habe das voll drauf. Komm, wir machen schneller. Und hochhalten. Falsche Richtung? Yeah. Ja, du hast es geschafft. Hobel. Fang an zu hobeln. Yeah. Ja, du hast hier gehobelt. Dann hat das sexy Flyer. Der Elefant. Nicken, wenn korrekt. Ja. Yeah. Da fliegen die tausender. Oh, Boss. Bist du bereit dafür? Ja, was muss ich dann machen? Fangen die Blöcke und lass sie nicht fallen. Oh, Gott. Ja. Perfekt. Genau. Exakt wie geplant. Du hast es geschafft. Genau. Sehr geil. Hi-ja. Ich nehme jetzt weiter von. Jetzt bringen wir ihn alle um, weil er sich vorgedrängt hat. Ja. Es gibt ihn alle nur Kopfnusser. Entschuldigung. Wir wollen wieder reindrücken. Ich stelle uns lieber an, Meister. Mein Gott. Ich habe alle Probleme, die Leute. Okay, komm. Den solltest du kennen. Ja, ich habe den Namen vergessen. Jimmy Tee. Ah. Aber jetzt erst mal. Ich denke, dafür haben wir noch Zeit. Wir haben noch lange Zeit. Wir können sogar noch. Das nächste gleich auch noch machen. Jetzt wirklich? Okay. Ja, wir haben das. 18 Minuten. Okay. Okay. Du fängst an. Die Fernbedienung. Guck mal, was ist anders? Yo. Boah. Stirbblume mit Gesicht. Das ist halt der Vorteil von so einer riesigen Hand. Wischen, wischen, wischen. Ich bin zerstört. Das ist ja. Curling ist eigentlich ein interessanter Sport. Ich habe gedacht, das ist die Strafe. Ich habe nicht gedacht, dass man so abwechsam machen. Also wenn wir dieses Los, das Spiel kommt, dann macht es immer so. ich habe erst mal eine andere hand fallen lassen hat irgendwie nicht funktioniert wenn wir den retten bin ich irgendwie nicht so gut wir sterben alle leute neue schien hobelt das ist natürlich gar nichts drehen um gottes welchen das so wie den schwarzen irgendwie nicht die tür vor die nase zu bauen der elefant vor die nase ja du bist rechtshändler genau wir beide sind rechtshändler weil sie das nicht muss jetzt das ist das resultat der alle und der alle zwei tage saugen muss wo es war doch mal der boss also ja kein stapel skills ich bin noch drin da kommt man nicht weit ja okay also ich bin wie ist die pose die rast okay wenn es das klo ja jetzt verlieren war ja okay es war also so oder so nicht schaffen ja wir sind genau okay machen wir nächstes wir sind komisch wenn einer hier links und einer rechts steht deswegen ja okay das ist ein remix aus allen kommen die du bis jetzt gelernt hast ja genau das ist ein typischer 90er jahre das ging ja da muss man mit dem hintermackeln heiße mieten das ist kurz zucker frühstück nehmen ein regenschirm mietze weil er so ein großes herz hat so viele leben haben wir jetzt um die gingen jetzt auch nicht mehr weg was machen wir dann dagegen wir kaufen regenschirme nee nee wir tanzen wir machen heiße dance party los ihr pussys tanzt mit uns ja gbt bekommt die meisten post ist hier sieht man ja da mal los der regel ja lauf 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 übrigens in diesem in diesem rematch spiel sind alle ist alles auf level 2 ok ok oh 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 ich bin so schwer ich muss da nicht stellen für oder irgendwie du willst mit zehn geben ich hab mich kaputt da ist habe ich ja gesehen also in bären auskommen noch ein leben wir noch mal glaube du musst dich hinstellen ja ich weiß nicht warum das liegt das ist irgendwie so komisch wird schon irgendwie klappen so irgendwie wird schon klappen der keller mein an das weg geflogen ich kann sie ankommen ist oh man hey shake shake jimmy jr komm legen wir noch eine schippe drauf macht schneller er hat mir sein herz geschenkt bitte was senkrat epic profis das könnten wir machen aber erst der der ich bin ein elefant er hält mich richtig an der nase er kann sich nicht selbst als elefant nennen die stelle die stelle die stelle okay so 15 geht das nur ne ich glaube ja was ich noch die werbung oh ja jetzt er wird man nicht mehr von der szene waren schon wieder mein frühstück warum wahrscheinlich der boss ja und das ist es ist ja es ist das auto fahren ich beobachte ihn dabei ich habe auch nicht beim frühstück kommen her das kann man vermasseln das kann man sich vermasseln im dritten level kann das böse enden über den gewonnen wir haben niemanden aber noch so man muss es gehen voll ab hier Ja! Und... Yeah! Smooth! Weil die eine Katze lag nicht nur so hin. Ja, das ist die coolste Katze. Ah, draw me like your French bitches. Ja, die haben die ganze Nacht durchgedanced. Willzeit. Diese Pose. Okay. Sollen wir den Papen? Ja, machen wir noch. Ah, das ist Ashley. Genau. Und hier haben wir Dribbel und Spitz. Und Penny. Und machen wir noch. Ja. Wir werden nicht so weit kommen. Hey, DJ. Oh, ja. Der Kellner. Zwei Stück. Genau. Genau. Warum nicht? Da war noch direkter. Pass auf! Ja. Die Stange. Au! Oh, Mann! Ja, Mann! Das ist eine Melone. Hey, DJ! Hey, DJ! They got food! Leute, got it. Ja, los! Ja! Ja, los! Da läuft den Sonntag an. Nee, win! Shake! die größere waffen müssen der panzerhaus nebenher zu ja habe ich irgendwie auch vermisse volle musik kommen wir gehen dort jetzt genau wir glauben eine echte schrift aus übrigens ich wollte das nicht wie soll denn jetzt zu wo auch immerhin kommt natürlich kriegt hatten kriegen darf ich die autobahn ich wollte autobahn war ein ganz schönes haus er kommt ein und auf den auf die schnauze war genauso geplant genau das ist das haus das nico kundig level 3 oder was ja das ist bereit für das ist so doofen und wecker aufzuschalten ja ich erschießt die normalität vorsicht vorsicht wir haben die unterfeindert ist schon schwerer teil er schließen wenn alle raus sind jetzt wollte ich noch ein rennen kommt er nicht rein so wie du aussiehst das wollte ich nicht und den ganzen traum muss hier ich glaube er war tomatensaft war nicht wieder keine ahnung mir egal das reicht für diesen bad ja also wir haben jetzt drei stories haben wir jetzt abgeschlossen dann geht es im nächsten fall mit ashley sagen wir dankeschön für zuschauen und tschüss bis zur nächsten folge